So, auf jeder Etage gibt es etwas, um das Wasser abzulassen. Aber Wasser ist auch gut für mich. Deswegen! Ah, Mann! Eskipriege! 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 Ich war voll leise und so! BAMS! Ich glaube, das wäre nicht schlecht. Ich glaube, das wäre nicht schlecht. Wo ist denn hier ein Schalter? Ah Oh man, ich habe es doch gerade gefunden. Okay, ich habe das Wasser im ersten Untergeschoss auch ablaufen lassen, da sollte noch ein anderer Schalter sein. So wie auf der ersten Etage, schau ob du ihn finden kannst, das ist mir gar nicht aufgefallen. Alles unter Wasser, zack, steht da unten, Soldat, nachdem das Wasser weg ist. Das ist ein Fall für Galileo Mystery. Oh man, ich habe das nicht gesehen, ich habe das nicht gesehen. Uh Upsa Ja genau Vielleicht denken sie sich Oh Wasser ist abgelassen Gucken wir mal nach warum Und dann sind sie da Weil sie aus irgendwelchen Schleusen kommen oder so Ja W lern W lern W lern W lern W lern Okay, damit hat sich das mit dem Wasser erledigt. Ich suche nach dem nächsten Schalter. Hä? Das Wasser ist ja schon weg. Kann ich jetzt runter ins nächste Untergeschoss? Sechste Untergeschoss? Noch nicht, das Wasser ist nur bis zur fünften Etage abgelaufen. Der Mechanismus der sechsten Etage ist etwas komplizierter, also hör gut zu. Verstanden. Um das Wasser im sechsten Untergeschoss abfließen zu lassen, musst du drei Schalter betätigen, bevor der Countdown beendet. In den Untergeschossen 3 bis 5 gibt es wie bisher auf jeder Etage einen Schalter. Sobald du einen Schalter betätigst, beginnt ein Countdown, also musst du dich beeilen, um die anderen beiden Schalter zu betätigen. Oh Gott! Ja, Raffi, du hast schon eine Weile nichts mehr gesagt. Hörst du nur noch zu? Wache auf! Merk dir einfach, dass du so schnell wie möglich drei Schalter betätigen musst. Verstanden? Klar doch! Oh Gott! Oh Mann! Oh Mann! Oh, ahhh... Okay! Aua Das waren viel zu viele Ja, jetzt auch noch Unter Zeitdruck Aber uh, das waren ein paar zu viel Das war's für mich Das war's für heute. Alter, was ist los mit euch? Du gehst mal weg. Oh Gott. 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 Was ist das denn für eine Nulpe? Oh Gott. 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 Ja genau, weil die liegen, ne? Na komm her! Na komm her! Hinter dir! Die sind nicht die schlauesten, ne? Ah, da unten sind voll die krassen Dudes. Ah, da unten sind voll die krassen Dudes. Ah, da unten sind voll die krassen Dudes. Das ist gut. Was ist das? Oh nein, es sind zwei von denen. Ja, voll. Oh nein, es sind zwei von denen. Na komm schon. Ach, es ist mir noch egal. Okay. 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 Och komm, leck mich doch! Ah, das war's. Komm schon, mach, mach, mach! Die kommen! Sie kommen jetzt hin! Mach, mach, mach! Go, 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 go! Du hast es geschafft, jetzt kannst du ins sechste Untergeschoss gelangen. So, und wir schnell nach Franky. It's magic. Wo sind die ganzen Soldaten hin?